Hi Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal hier. Ich freue mich, dass du hergefunden hast. Und ich möchte ganz kurz sagen, worum es hier geht auf dem Kanal. Um es ganz kurz zu machen, hier geht es um dein Glück. Das, was wir alle suchen, ist glücklich zu leben. Also, hier geht es darum, egal was du gerade machst, weil vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, egal was, egal was man macht, die Menschen sind dazu in der Lage, alles Mögliche zu erleiden. Unter allen möglichen Umständen leidende Menschen. Du hast eine Frau, dann ist es leid, weil es ist eine Qual, verheiratet zu sein. Du bist nicht verheiratet, genauso eine Qual, du suchst eine Frau. Du hast das Studium bekommen, ein Stress, du hast das Studium. Du hast das Studium nicht bekommen, du hast das Studium nicht bekommen. Egal was du machst, du leidest. Und hier geht es darum, wie du wieder glücklich leben kannst, egal was du machst. Erstmal geht es darum, dass du glücklich wirst. Und dann ist es egal, was du machst. Und das möchte ich dir hier auf dem Kanal zeigen. Zum einen ist es eben das Bewusstsein entwickelt. Achtsam leben. Und dazu möchte ich dir ganz einfache Techniken an die Hand legen. Ganz einfache Mittel. Die Ernährung spielt da zum einen eine große Rolle, um deinen Körper zu reinigen, um deinem Verstand, deinem Bewusstsein eine Plattform zu geben. Wenn dein Bewusstsein, deine Einstellung und deine Verhaltensweisen stimmen, dann wirst du glücklich, egal was du machst. Wenn dich das alles so interessiert, wie du glücklich lebst, dann schau dich durch die Videos auf meinem Kanal. Ich gebe dir da Tipps, Hilfestellungen und ich freue mich, wenn es dir weiterhilft. Lass mir da Feedback da. Ich freue mich, wenn du ein Abo dalässt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.